Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Beyond the SteelSky und wir wissen jetzt, dass wir zu einer Gala sollen. Ich habe schon die Frau gefragt, aber die weiß nix. Joey kann mir auch nix geben. Also müssen wir mal Chipworth fragen. Der muss ja irgendwo auch rumlaufen oder ist hier irgendwie nicht. Ich muss ihn mal fragen. Und nochmal mal anklingeln. Ich weiß nicht, mein Zuhause ist, egal. Gut, wir gehen mal runter. Wir müssen irgendwie zu dieser Gala kommen. Gucken, wie wir das am besten anstellen. Denn wir haben nicht genug Kudoslevels. Das heißt, wir müssen in Kudos steigen, um da hinzukommen. Fragen wir nochmal den guten Mann da draußen. Ich weiß dir das ja. Und wie wir das anstellen können. Hallöchen. Hast du einen Moment? Apuloges if my loquatious musings disturbed one. Hallo, wieder. Good evening, Master Grundy. Off to work, I see. What? Oh, yes. The cleaning won't supervise itself. So, are you going to the Aspiration Gala? Going? One is headlining, sir. What do you mean? Yours truly is performing in front of the best and brightest of Union City. Performing what? Droid poetry, sir. Oh, boy. Poesie? So, this poetry performance you mentioned, what's the story? Ah, one has been invited to recite a humorous poem of one's own devising at tonight's Aspiration Gala. You, a droid, have been tasked with writing a poem? Oh, yes, sir. The poet laureate Reginald Arthur Schnippel, Esquire, performs regularly at the Gala. And this year, he has invited me to open for him, by reading an inspirational and humorous example of droid poetry on stage. Droid poetry? How's that working out? Very good, sir. Reginald has told me that whatever I read, it will be hilarious and the people will laugh uncontrollably. Hmm. Laugh at or laugh with. Oh, is there a difference? That's what I thought. Okay, hold in that inspiration here. If I gave you a bit of inspiration for your poem, could you get me into the Gala? Sir, that would be only fair. I'm sure sir would enjoy the fruits of that inspiration at the performance. I realized if I could help Tarquin with his poem, he could get me into the Gala. So, Reginald's the go-to guy for inspiration, hmm? Absolutely. His wit and insight is renowned. And yet he's asked you to perform alongside him. Yes, for comparison. I see. Where would I find Reginald? Well, he is likely in the piazza, finalizing his humorous poem for tonight's event. But I am his servant, not his keeper, sir. So just to be clear, I give you inspiration, you get me into aspiration. Inspiration for aspiration. And it's rather clever. And it rhymes. Sir's genius is luminescent. In that case, let me go see what I can find. See you soon, Tarquin. So, I do hope that I will also be seeing you. Reginald aufsuchen. Okay. Okay. So, let's see what Reginald drauf hat. Willkommen, Citizen Graham. Where would you like to go? Piazza. Piazza is the place for me. It would be my pleasure, Citizen Graham. Diese Monopods sind wie geil. Da scheint kein Unfil mehr. Taquin's master Reginald was supposed to be around here somewhere. Und da, da kommt ein executor. Und da kommt ein paar Dinge. Na da, in der letzte minute. Ja. Ich bin so geil. Ich bin so geil. Oh, wenn das nicht. Das ist so geil. Dieculo. Du Cruz. Lauch mal rumieren und suchen. Oh, wenn wir den finden. Gehen wir weg da. Suchen wir doch mal ab die Gegend. Irgendwo muss der gute Mann ja hier verkehren. Diese 10 Cans sind alle das gleiche zu mir. Eine Broschenöffner? Können wir dann unsere Broschen rein tun? Jetzt hab ich Joggie drauf. Das ist ja auch witzig. Okay. Dann machen wir noch ein paar über die Brücke hier. Ich dachte, wir haben Futter entnappt, wollte ich gerade sagen. Nein, das kann ich kaufen. Suche einen Reginald. Wir sehen, wo wir daraus rumlaufen. Die Gnostiker? Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. How are you? What are you doing here? Can't you tell? I'm a diagnostician. Diagnostician? Do you actually fix stuff? No, Joey. They just scan the problem. And Minos fixes it. And Minos fixes it. Kinda like your hacker thing, Foster. They ain't my Franken-hack stuffer. Oh, there, Joey. I'm sure the nice lady isn't interested in that. What are you listening to? Oh, you wouldn't know them. Give me a shot. I'm surprisingly hip. Hip? You actually said hip, didn't you? I like your scanner. Thanks. Load of junk, really. I prefer a good old-fashioned spanner. You'd love mine. Hey, where'd you get that? You don't look like a diagnostician. It's, uh, for cleaning. Uh-oh, Foster. I think she's on to us. See you later. Catch you later, man. Ah. Irgendwo auf der Piazza soll er rumlaufen? Das habe ich noch nicht gesehen hier. Woher kennen wir ihn denn? Eine gute Frage. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Union City wünschen alle Bürgerinnen eine glückliche Aspiration. Ich kann ja, wir suchen damit. Oh, geht gar nichts. Au revoir. Ich werde jetzt schon frühstreckt hier, aber nicht verkehrt. Ich kann ja auch nicht fragen. Und Joey mal fragen. Joey, mal stehen. Wir müssen mit ihm reden. Hey Joey. Was? Ja. Ja. aber we need inspiration to help talk with this poem work we buy some inspiration isn't something you buy it's intangible well if we can't buy it to steal some what part of intangible are you not getting let's move on lead the way den leuten zu wenn die reden wenn wir da irgendwas inspiriertes mit versuche mal also ich dachte ich müsste den reginal hier finden anscheinend nicht anscheinend muss ich nur ein bisschen lauschen und inspiration finden aber ich weiß es auch nicht steht man vom Automaten der Typ? da kommt er guckvolles Gesicht Matilda Matilda sie sagte ich habe rauch gesehen an einem Feuer erst vor ein paar Stunden gute gute das klingt aber nicht gut mit dem hat sie und was werden sie heute Abend tragen? ich habe irgendwas neues bestellt Ein atemberaust kleines Ding. Fantastisch, ich auch. Ich wollte mir irgendwie Kohlepels tragen, aber ich habe letzte Woche ein Glas Bankers darüber versucht. Meine Liebe, lassen Sie ihn doch waschen. Der verdammte Butler-Droid ist in Erwartung. Was für ein schlechtes Timing. Was für ein schlechtes Timing. With music that loud, I couldn't hear my own thoughts. Maybe that was the point. Okay. Ich glaube, ich werde hier etwas auftauchen. Ach, warte mal. Ich habe eine Idee. Wir können wahrscheinlich die Musik mit dem hier tauschen. Ein Kaffee-Audio-System. Lounge-Musik-Mitte. Da ist Reginald. Mann. Der habe ich nicht gesehen. Da saß die ganze Zeit in dieser Lounge drin. Okay. Ja. Ja, alles gut, wenn du sagst, ich habe Zeit für ein Selfie. Was? Ich verstehe komplett. Es ist nicht jeden Tag, dass du ein Poet Laureate Reginald Arthur Schnippel-Esquire bist, ist es jetzt? Nein, das ist ich, Graham Grundy. Ah! Oh, wie lange das dauert? Ich schaue ein paar Inspiration zu schreiben. Mein Liebermann, bitte nicht diese Luscious Locken für die Kreative Mühle. Ich habe nur gedacht, dass du mir helfen kannst. Hör, ich stehe mit Poetre, und du stehe mit... was du machen. Ich habe immer gefragt, wo du deine Ideen bekommen hast? Oh, es gibt eine kleine Ideen-Sophie in der Purple Quarter. Oh, wirklich? Nein, mein Liebermann. Ich demonstriere, was einige von uns zu sagen, WIT. Kann ich etwas von deinem Poetre? Ha, ha, Cheeky! Gib mir einen Drink erst. Okay, was hast du? Figur von Sprache, mein Liebermann. Nein, du kannst nicht meine Poetre, aber du hörst es später heute. Okay. Ich kann nicht glauben, dass ich in der Präsenz von THE Reginald Arthur Schnippel bin. Esquire? Esquire. Was machst du? Was machst du? Ah, mein Geist secret. Hemingway, Wilde, Yates, Kanye, Schnippel. Ein verbrechen wir alle bear. Was flavor? Strawberry. Hm, hm. Hm, hm. Wird nicht sein, dass du arbeiten möchtest? Mein Freund, eine Blume kann nicht in der Garten werden. Die Fische der Inspiration kann nur in der Garten geniehen. Wie geht es? Sie werden in der Garten-Sophie in der Garten. Was auf der Erde ist eine ... Potato? Eine Einheit, die sie ausfüllenstrahlen. Oh, wau, jetzt. In der Fall, du sagst mir, dass Ketchup auf einer Garten wird. Ha, ha, ha! Hm. Ich habe eine Räume, dass du heute in der Aspiration-Gala gesprochen hast. Ah, wie kann es ein Räume, wenn es die Joey-Gespräckige Wahrheit ist, hm? In Wahrheit, ich habe den Räume, um die Gala aus der Inception zu stellen. Dies Jahr habe ich eine besondere Träume für die Publikum, um zu genießen. Ha, ha, ha! Oh, du sagst, Tarquin und die Droid-Poetrie? Oh, bless that loquatious mechanical jewel. Ich war ziemlich klar, dass es unser Geheimnis war. Will du sein, dass du in der Gala? Ich würde, aber mein Kudos ist nicht genug. Schade, ich habe eine propere Läume dieses Jahr. Aber schau dir nicht, du kannst es morgen sehen, wenn sie das ganze Sache streamen. Joy unbundlich. Wie ist diese Musik, hm? Ja, das ist nicht meine Kette, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, es hat eine sehr gute Bedeutung. Ich spreche von einem Erlangenen Punkt, ich würde, dass es so einfach und deriviert ist. Aber wer bin ich zu beantworten? Aber das Bedeutung, bin ich richtig? Oh, das Bedeutung. Ich war gerade mit deinem Droid, Tarquin. Das Bedeutung, das Bedeutung ist nicht so einfach. Das Bedeutung, das Bedeutung ist nicht so einfach. Das Bedeutung wird niemanden helfen. Genau. Können Sie ein bisschen von eurem Inspiration zu vergeben? Oh, nicht. Ich glaube nicht, mein Junge. Meine Geheimnisse sind sicher auf meinem Tablet und dort werden sie bleiben. Das werden nur in der Gala hervorhebungen der gröntesten Ration. Ok, er hat einen Teppel irgendwo liegen, hat er gesagt. Da ist ein E-Reader. Was sollen wir mit E-Reader machen? Wo ist denn da? Spankles, Ambitionsklarer Gedicht, kriegen wir das Gedicht. Privates Gedicht, Ambitionsklarer Gedicht. Ok. Oh, wie lange dauert dieses Tape? Ok, vielleicht müssen wir die Musik mal anders machen nochmal. Ich weiß nicht, was das bringt. Kannst du dir gut vorstellen. Union City wünscht allen Bürgerinnen einen glücklichen Aspirationsdienst. Warte mal, wenn wir die Musik tauschen, geht der vielleicht wieder da rüber? Können wir da irgendwas machen? Wollen wir die überhaupt tauschen? Ich weiß es nicht. Und dann darf der ja wieder in seine Lounge rein wahrscheinlich. WIP-Launch-System. 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 Oh, es ist wirklich... Okay, pretty gut. W Hokie, es ist noch ein bisschen. Got ja. Wir müssen die Musik doch noch mal tauschen, glaube ich. Die Lauf ist weg. Was ist das? Was ist denn da raus? Willkommen, Bürger! Union City wünscht allen Bürgerinnen einen glücklichen Aspiration-Day. Mist! Wie kriegen wir denn sein Gedicht? Könnte ich auch mal tauschen. Bringt das was? Okay, muss auf. Wir haben das einfach mal geändert. Gucken dann, ob er was bringt, wenn er dann reingeht. Vielleicht liest er es wieder laut vor. Mal gucken. Ja. 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 Ich schalte mir die Forst ab. Bringt nichts. Was macht er denn da? Okay. Wie kommen wir an dieses komische Gedicht? Ich will jetzt mal da ran kommen. Warte mal. Mach mal so. Mach mal so. Guck mal hier Römel-Mädel. Die Musik einmal tauschen können. Das heißt, wenn hier jetzt jemand dieses Ding da benutzt, dann gibt es einen Alarm. Das nervt mich jetzt auch, sonst muss man immer hier tausend Sachen machen. Jetzt geht sie da hin. Eine nervige Tante. Wollte ich mich verarschen? Boah. Wollte ich mich verarschen? Boah. Boah. So. So. Wenn jemand das macht, dann geht der Ritter durch. Ähm. Gumm. 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 Okay. Ich bin der Letzgrus-Winkler auch nicht. One fresh Indian's Hangals. All citizens a happy Aspiration day. Excuse me. Was ist das? Eine Canne von Spankles? Da bist du, du schlauige Spankles! Komm zurück zu Papa! Du musst mich freuen, es geht mit dir, da kriegst du nur hin. Äh, kriegst du noch nicht rüber. Okay, also irgendwas hab ich doch gesehen. Also, es ist einfach so, dass er hier sein muss. Irgendwas muss dazwischen die ganzen Dinge laufen. Also, guck mal. Können wir irgendwas tauschen? Können wir nicht. Aber wir haben jetzt den Alarm auf rot gesetzt. Geschmack anpassen. Ach, warte mal. Können wir den Alarm auch da hochsetzen? Stimmt, ich krieg's. Wer soll Alarm losgehen? Machen wir das mal. Sprengt das was? Okay. Oh, die Alarm los. Okay. Können wir jetzt irgendwas tauschen mit dem Roboter? Guck mal. Ähm. Ambition-Tech. Ah, guck mal da. Oh, welche nehmen wir denn? Privates Gedicht oder Ambitionstag? Da bin ich immer das private Gedicht. So. Die kleinen Lautsprecherroboter sind jetzt in Alarm-Mode. Oh, okay. 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 Ich glaube, ich sah den Poeten vorhin. Ich werde recherchieren. Ich empfehle, dass du eine Distanz von dem Thema steckst. Du kannst alles über dein Geschäft gehen. Was ist der Poete? Da. Union City wünscht, dass alle Bürgerinnen die ganze Zeit haben. Damit man so ein bisschen... Die Stadt riecht auf uns mit Blatt von Minter und Beil. Es konsumt unsere dunkle Substanz, leaving nichts but a smile. Oh nein! Hör raus da, du! Ich dachte, man könnte vielleicht... den uns auch noch irgendwo hinbekommen. Warte mal. Hört so wie ab. Mit Blatt von Minter und Beil. Es konsumt unsere dunkle Substanz, leaving nichts but a smile. Warte mal. Warte mal. Warte mal. alle Social Climbers. Kustomize deinen Aspirationvoel dort. Happy Aspiration Day Sir. Please choose your desired hologram. Ahhh. He must be the Zoe hologram for me. I just love him so much. Wonderful choice. You'll stand tall above your fellow citizens. Ich habe jetzt Reginalds Poetrie auf meinem Aspiration-Brooch gehabt, nur was Tarquin danach war. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.